Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Gast da, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Er hat seine Dissertation in der komplexen Komplementärmedizin geschrieben und sich dann jahrelang damit beschäftigt, mit der psychosozialen Gesundheitswissenschaft. Heute hat er die Professur in der biopsychosozialen Resilienz und ist zudem noch Leiter einer Akademie in Berlin, wo es um Gesundheit und Entwicklung geht. Und das ist mir eine ganz große Ehre, Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, den Dr. Urs Gruber vorstellen zu dürfen und in einer Sendung willkommen zu heißen. Lieber Urs, ganz schön, herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank, lieber Alexander. Es hat mich gefreut, die Einladung. und ich bin gerne gekommen und jetzt auch ganz neugierig. Super gerne. Ja, wir haben auch nichts vorbereitet, aber ich habe natürlich tausend Fragen an einen Wissenschaftler, wie du es bist. Es fängt schon an mit deinem ersten Start, der komplexen Komplementärmedizin. Du hast da drüber die Dissertation gemacht und ich möchte gerne ein bisschen von dir erfahren, mit was hast du dich denn da beschäftigt? Das müssen ja hunderte verschiedene Ansätze geben zur Komplementärmedizin. Vielleicht muss man da etwas unterscheiden. Wenn man jetzt von Naturerkunde Komplementärmedizin spricht, ist es in der Regel ja so, dass man von einem Konzept, einem Modell und ihren Methoden ausgeht, das in sich vielleicht sehr stimmig und schlüssig ist. Von dem gibt es ja in Europa in etwa dreieinhalbtausend solcher Konzepte und Methoden, wie man der Naturerkunde Komplementärmedizin zuspricht. In der Schweiz sind es etwa 900, aber doch 900. Das sind die einzelnen Konzepte. Und wenn man das etwas näher betrachtet, stellt man fest, in der Praxis, also einerseits die Methode beschrieben, um die zu lernen, und in der täglichen Praxis ist es dann so, dass man es doch ein wenig anders macht, es nicht das Modell selbst anders umsetzt, sondern dass noch ganz viele andere Komponenten mit eine große Rolle spielen für eine erfolgreiche Behandlung. Das kann man sagen, sowohl in der Naturerkunde, natürlich aber auch in der Medizin oder wo man eigentlich therapeutische Anwendungen macht. Wenn man das betrachtet, wie setzt sich zum Beispiel eine Therapiemaßnahme zusammen, dann gehört natürlich immer eine Hauptbehandlung mit dazu. Es ist aber auffällig, dass in der täglichen Praxis es in der Regel so vollzogen wird, dass man nebst der Hauptbehandlung vielleicht noch eine Art von Begleitbehandlung macht, im Sinne, da kann ich ja nachher vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, dass es teilweise auch Anwendungen sind oder Überlegungen sind, die zwischen Patient und Therapeuten dann ausgetauscht werden, so dass eine dritte Variation dazukommt, vielleicht Hausaufgaben oder vielleicht muss man etwas erfüllen oder erledigen. Und schlussendlich dann noch eine vierte Komponente, das wurde so weit herausgearbeitet, um zu sagen, wie funktioniert denn das so gegenüber einem einzelnen Konzept. Um diese Arbeit im Rahmen der Medizinwissenschaften ging es, um das mal versuchen, wissenschaftlich zu beleuchten. Was hast du denn für ein Fazit gefunden? Oder was sind deine erleuchtenden Ergebnisse daraus gewesen? Ja, wenn es erleuchtende Ergebnisse gewesen sind. Fakt ist einfach das, dass es im Rahmen, wenn man jetzt Forschung betreiben möchte, man möchte die komplexe Form der Komplementärmedizin anschauen und auswerten, stellt man fest, dass es nicht sehr, sehr viele Untersuchungen gibt. Es gibt einige, also mehrere hunderte schon, die weltweit da betrieben werden und erforscht werden. Aber im Verhältnis zu anderen Disziplinen, auch im Rahmen der Komplementärmedizin, ist es in diesem Zusammenhang ein möglichst geringer Teil oder verschwindet ein kleiner Teil. Wenn man aber betrachtet, wie bedeutsam es ist, dass der Therapeut selbst mit Einfluss, sehr starken Einfluss nimmt, auf das Gelingen der Therapie und nicht nur die Pflanze oder die Nadel oder die Globulis und so weiter, dann stellt man fest, wie bedeutsam es wäre, sich dem auch noch vertieft zuzüglich zu widmen. Ein guter Therapeut ist ein guter Therapeut und dieser gute Therapeut wählt vermutlich das Konzept oder die Methode, die er anwendet, die für ihn selbst gut ist. Also nicht in der Anwendung, sondern in der Umsetzung dann. Ergo ist es manchmal viel, viel besser und einfacher. Müsste man in der Medizin auch tun, natürlich. Wird ja auch gemacht, oder? Ich meine, nur schon der weisse Kittel hat eine Wirkung. Die Kommunikation, also die Empathie des Arztes, das hat ja eine Wirkung, also da sind wir voll drin, in dieser bio-psycho-sozialen Resilienz drin, oder? Ja, das sind mögliche Resilienzfaktoren. Was du jetzt natürlich angesprochen hast, ist natürlich sehr, sehr bedeutsam im Sinne eines Effekts. Es gab auch Untersuchungen, die kamen aus Kanada, wo man schaut, man macht irgendeine manuelle Anwendungen aus der Osteopathie. Und die Fragestellung war dann, gibt es Unterschiede, beispielsweise, wenn das jetzt ein Osteopath macht, oder ein weisskittelig angezogener Doktor, der dann dieselben Grifftechniken macht. Und siehe da, da kam zum Beispiel raus, dass diese tatsächlich besser abgeschnitten hatten, also unabhängig vom Fachkönnen. Das konnten beide bestimmt gleich gut. Und da sind wir natürlich aber auch wieder in einem Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Das ist auch das Thema des Placebos zum Beispiel. Also spielt da noch etwas mit eine Rolle, was ich vom gegenüber mitwirkenden Therapeuten denn halte? Für mich ist ja dieses Thema der bio-psycho-sozialen Resilienz, also es geht wirklich auch um das Bewusstsein, um das Energiefluss des Körpers, eigentlich so ein bisschen die Königsklasse der Medizin. Was ich auch glaube, dass das für 2021 das wesentlichste Thema sein muss, auch innerhalb von unserem Sender. Um auch hier wirklich zu sagen, wir haben alle es selbst in der Hand. Vieles selbst in der Hand, nicht alles. Gehört aber genau diese Energiearbeiten oder die Empathie eines Arztes, ist das eigentlich etwas, was in die Komplementärmedizin reingehört, oder sollte das eine Standard sein innerhalb der Medizin? Es wäre ja absolut wünschenswert, wenn es ein Standard wäre. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ganz, ganz viele liebe Ärzte, die ich kenne, dass sie sich das auch wünschen würden. Jetzt kommt es aber ein wenig darauf an, mit welchen Modellen zum Beispiel gearbeitet wird und ob mögliche Personen, die dann etwas bezahlen müssen, eine Krankenversicherung zum Beispiel, ob sie das absegnet, wenn jetzt jemand etwas mehr Zeit benötigt, um eine ganz andere, aber auch sehr adäquate Befunderhebung oder Diagnose mit dem Patienten zusammenzustellen. Das findet man viel eher in der Komplementärmedizin aufgrund des Modells oder den Modellen, mit denen gearbeitet wird. Also es geht immer wieder um die Abrechnung im Hintergrund, also was zahlt die Krankenkasse. Das ist vielleicht meine nächste Frage. Wir Schweizer haben ja einen ganz besonderen Stellenwert der Komplementärmedizin gegeben durch die Volksabstimmung. Wird das heute auch so umgesetzt, wie es dazumals eigentlich vor das Volk kam? Und wie siehst du das Schweizer Modell jetzt eigentlich im Verhältnis zu Deutschland und Österreich? Wenn ich da einen Überblick wage, dann komme ich nach wie vor dazu, das habe ich auch 2009 und so weiter und davor natürlich auch schon im Rahmen nach der Abstimmung etwas evaluieren können und anschauen können und die Schweizer Naturherkunde, Komplementärmedizinische Szene gehört also wirklich weit mit zu den besten Europas schlechthin. Wir sind auch relativ gut strukturiert. Es gibt bestimmte Kontrollmechanismen, die sich in der Schweiz etabliert haben. Da gibt es bestimmte Raster, die man erfüllen muss und so weiter. Also die Qualitätssicherung wird so gut als möglich gemacht und auch entsprechend vollzogen. Wenn ich den Vergleich nehme zu den Nachbarländern, Deutschland zum Beispiel, da ist es ja so, dass man zum Beispiel, wenn man arbeiten möchte als Heilpraktiker, dass man da eine Prüfung absolvieren muss. Und diese Prüfung ist grösstenteils so konzipiert, dass man in erster Linie natürlich dem Patienten nicht schadet. Es ist aber ganz was anderes, wenn ich jetzt eine Prüfung mache, dass ich dem Patienten nicht schade, oder wenn ich eine Ausbildung nachweisen muss und natürlich die Prüfungen auch machen muss, dass ich einerseits selbstverständlich nicht schaden darf, zum anderen aber, dass ein klarer Nutzen aus dem sich herausarbeiten soll, was ich denn überhaupt mache therapeutisch. Insofern sind wir da natürlich auf einem guten, um nicht zu sagen, auf dem besten Stand innerhalb von ganz Europa. Was zuzüglich noch dazu kommt, meine Einschätzung nach, wenn man das einen Vergleich anschauen möchte, ist, dass in Deutschland zum Beispiel der Heilpraktiker viel mehr Freiheiten hat, im Sinne von, er darf Spritzen geben, er darf Blut nehmen, er darf Infusionen stecken, theoretisch dürfte er sogar kleine Operationen durchführen. und das ist in der Schweiz natürlich nicht zugelassen. Das darf der Schweizer Heilpraktiker nicht. Das könnte man jetzt schmollend so hinnehmen, sagen, ja, wir dürfen das alles nicht. Oder, was die Schweizer ganz bestimmt gemacht haben, sie haben umgedacht und gesagt, okay, wir dürfen das nicht, aber wir müssen uns viel anderes zuzüglich überlegen, was wir jetzt alles machen könnten. Und so sind ganz viele qualitativ sehr gute Möglichkeiten entstanden. In der Schweiz so, was kann ich alles tun, auch wenn ich jetzt nicht irgendeinen Stoff da in die Venen spritzen darf, oder viel Blutiges jetzt tun darf. So, das ist dann was ganz, ganz meiner Einschätzung nach was ganz Geistreiches entstanden, zuzüglich. Sehe ich auch so. Jetzt ist ja gerade in Deutschland aber wieder die Diskussion entflammt, dass man allerfalls den Status des Heilpraktikers wieder abschaffen will, eben weil du gesagt hast, er darf primär nicht schaden. Ist denn diese Diskussion aufgekommen, weil es Schadenfälle gibt, oder wie hast du da eine Vorstellung darüber? Die Daten, die ich habe, sind jetzt nicht ganz aktuell, sind vielleicht vor einem halben Jahr, aber für die Übersicht selbst geht es angeblich oder anscheinend, es kann nicht darum gehen, dass da sehr viele Schaden oder Schäden entstanden sind, jetzt auch in Deutschland, in der Schweiz auch nicht. Da müssen andere Bewegungen und Hintergründe mit eine große Rolle spielen. Allein an dem, dass da dem Menschen Schaden zugefügt wird, an dem kann es selbst nicht liegen. In der Schweiz selbstverständlich auch nicht. Naturheilkunde, kommt er eigentlich in die Komplementärmedizin rein, oder? Und was hältst du von der Naturheilkunde? Also ich sage immer, für mich ist es ja Gottes Geschenk, es ist perfekt, alles ist ausbalanciert und trotzdem vergessen wir immer mehr, mit naturheilkundlichen Mitteln zu arbeiten. Wie sollte sich das eigentlich, dieses Wissen wieder im Volk verbreiten, wenn nicht über die Komplementärmediziner? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt relativ wenige Vertreter. Es gibt sehr viele Therapeuten, die das sehr, sehr gut anwenden und umsetzen. Es gibt aber wenige Vertreter, die eigentlich mal die Fahne hochhalten für die, du hast es angesprochen, vielleicht auch die Förderung dieser biopsychosozialen Resilienz. Wenn man sich diesem Thema etwas widmet, stellt man fest, dass so viel schon gemacht wurde, dass heute zum Beispiel unter dem Begriff Naturheilkunde einen Teilbereich abdeckt, Licht, Luft, Wärme, Kälte, Bewegung, Nahrung. Das sind ja bestimmte Säulen, die man kennt, die auch schon über 2000 Jahre schon so kommuniziert wurden. Damals die besten möglichen Heilverfahren dargestellt haben, heute nach wie vor nicht wegzudenken sind, weil sie eben aus einem ganz anderen Gesichtspunkt heraus die Gesundheit zu fördern und zu stärken, beziehungsweise diese auch zu erhalten, ungemein dienlich sind. Naturheilkundliche Methoden wirken eher, nicht alle, aber eher auf eine Art Reizreaktionsprinzip. Das heißt, wenn du jetzt in Gesundheit bist und du möchtest die erhalten, dann ist es gut, wenn du vielleicht deinen Körper bewegst. Weil für das ist er gebaut worden. Und es ist nicht so in der Natur, dass wenn du den Körper schonst oder jetzt in der Bewegung einfach mal schonst, ich lege mich nur aufs Sofa, dann kann kein Gelenk kaputt gehen, dann geht es vielleicht erst recht kaputt. Und so sind ganz viele naturheilkundliche Anwendungen gemacht, dass sie quasi einen Reiz setzen im Körper und er wieder neu lernt, eine Reaktion darauf zu machen, und zwar in Richtung der Problembewältigung. Also da war ein Reiz, ich gebe eine möglichst optimale Reaktion darauf. Das ist ja ein großer Unterschied gegenüber zum Beispiel sehr vielen medizinischen Anwendungen, obwohl die teilweise auch gut sind, selbstverständlich, aber da geht man eher nach einem Antiprinzip. Also hier ist es eher so, dass ich sage, ich reize den Organismus, den Menschen, so, dass er sich selbst gegen das erwehrt, in Anführungszeichen, dass er da eine Bewältigungsstrategie entwickelt, um mindestens gleich gesund oder nachher vielleicht sogar noch gesünder zu sein. Der Begriff der Komplementärmedizin kann man natürlich auch mit dazu rechnen. Es gibt mittlerweile etwa 120 Begriffe über das, was wir jetzt so sprechen. Eines ist Naturheilkunde, eines ist Komplementärmedizin, eines ist Alternativ. Biologische Medizin. Biologisch und Integrativ. Ich weiß nicht, es gibt ganz viele tolle Begriffe, die sich teilweise etwas unterscheiden mit dem, was jemand meint, als er das entsprechend definiert hat. Es gibt aber viele, ich bleibe jetzt bei dem Begriff, Komplementärmedizin, weil er bei uns ja im Gesetz so verankert ist, die nicht genau nach diesem Reizreaktionsprinzip gehen, sondern die aus der Tradition kommen und auf ganz andere Dinge achten im Rahmen der Wirkungsweise, bis hin zu den modernsten Arten und Weisen, wie man entsprechend vorgehen kann. Vielleicht ist Komplementärmedizin noch etwas so, dass, wenn es da Methoden gibt, die noch nicht wissenschaftlich genug gesichert sind, zum Beispiel, fallen die teilweise sogar in diese Kategorie, dass man sagt, der und der Wirkstoff oder dies und jene Anwendung zeigt sich sehr, sehr, sehr gut. Es gibt aber noch zu wenig wissenschaftliche Untersuchungen und Beweisführungen in der Wissenschaft, in der Realität oder in der Wirklichkeit vielleicht schon, so, dass man das jetzt, dass es soweit etabliert ist und man sagt, okay, man könnte das jetzt quasi rüberschieben in ein anderes Modell, in ein Modell zum Beispiel der Medizin. Aber das sind ja so Erfahrungsmedizin, es hat 2000 Jahre gewirkt oder 200 Jahre, nur weil es nicht wissenschaftlich dokumentiert ist oder nicht Erklärungsmodelle nicht dazu gibt, heißt das nicht, dass es nicht wirkt, oder? Genau, das würde ich auch absolut unterstreichen und auch alle naturerkundlich-komplementärmedizinischen Menschen, Therapeuten oder auch die, die sich das angedeihen lassen, auch ermutigen. Wissenschaft ist etwas ganz, ganz Spannendes. Wissenschaft sind bestimmte Spielregeln, an die man sich zu halten hat und wenn es jetzt etwas gibt, der nicht oder das nicht genau durch diese Wissenschaftsbilder gesehen, nicht genau da reinpasst, müsste man ja aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten sagen, es ist nicht wissenschaftlich oder es ist nicht wissenschaftlich anerkannt. Und dann kommt meistens so ein komischer Beigeschmack, das ist nicht mal ganz wissenschaftlich und so weiter, wobei das gar nicht so stimmen muss. Also, dass es nicht wissenschaftlich ist, ja, aber das wirkt selbstverständlich. Das hat sich aber ein bisschen etabliert auf dem Markt, was die Leute sofort sagen, das ist doch nicht Wissenschaftler, also so abwinken oder ein schöner Mist, Esoterik oder so ein Blödsinn, was ja überhaupt nicht stimmt, oder es ist einfach nicht in diesem Raster einordnenbar. Genau, es ist jetzt nicht unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten beschreibbar, erklärbar und messbar alles. Vielleicht hat es bestimmte Punkte drin, die man noch nicht messen kann oder überhaupt nie messen können muss. Das bedeutet aber noch nicht, dass es irgendwie jetzt schlechter wäre. Wichtig ist dabei, und das kennt man wieder unter dem Begriff natürlich dieser komplexen Komplementärmedizin, untersuchen wir eine Methode oder untersuchen wir eine Wechselwirkung zwischen Patient und Therapeut zum Beispiel, der mit entsprechenden Methoden arbeitet. Das kennt man in anderen, zum Beispiel in den Sozialwissenschaften, kennt man das natürlich viel besser. Wenn man jetzt in den Medizinwissenschaften arbeitet, dann muss man halt durch diese Wissenschaftsbrille schauen, um etwas zu betrachten, und dann kann es gut sein, dass man sagt, nee, das hat keinen Platz drin, ergo ist es nicht ganz wissenschaftlich oder es ist nicht wissenschaftlich. Das bedeutet aber nicht, dass es schlecht wäre, überhaupt nicht. Unser Verstand ist halt so getrimmt und geprägt. Wir lernen, über Kausalketten zu denken, schon im Kindergarten vermutlich oder zu Hause, was man tut, was man nicht tut und so weiter. Und was 2 und 2 gibt, das ist ja noch stimmig, glaube ich. Aber dass man sich immer kausal versucht zu überlegen, ist es so und so. Und das ist eine Denkart, die man unbedingt in der Wissenschaft braucht, um durch diese Brille zu gucken. Und das kann teilweise, kann das so weit dann führen, dass man sagt, ich habe das gelernt und wenn es abweicht von dem, dann scheint es nicht so gut zu sein. Das ist nicht das Kriterium. Ich bin ein bisschen ein Gegner von einer Alternativlosigkeit in der Medizin, weil ich glaube einfach, die Naturerkunde gibt uns viel, viel mehr Möglichkeiten und Optionen, sodass man eigentlich nicht einfach nur sagen kann, es gibt nur diesen einen Weg und das ist der einzig Richtige. Aber ich habe noch zwei wichtige Fragen, die ich dir stellen will. In deinen Forschungsarbeiten hast du ja so vieles auch gesehen. Hat es da nicht immer wieder Punkte gegeben, wo du sagst, das ist ja unglaublich und ich kann mir das nicht erklären, wieso das funktioniert? Ja, das gibt es natürlich, wenn man bestimmte Forschungen untersucht und anschaut, natürlich immer wieder und immer wieder. Ich glaube, wöchentlich ist das so ein Staunen, ein grosses. Zum Zweiten ist es natürlich auch am Patienten selbst, wenn man den Patienten behandelt, wenn man die Daten kennt für diese und jene Krankheit und man schaut, wie ist der Verlauf im Durchschnitt, beim Durchschnittsmenschen, den es ja eigentlich gar nicht gibt, aber das ist halt eine statistische Grösse und da bin ich auch wöchentlich nach wie vor erfreut und wirklich erstaunt, wenn man dann Ergebnisse, die kann man sich so vielleicht auch gar nicht so in diesem Raster erklären. Das spielen noch ganz viele andere Dinge mit eine Rolle, die vielleicht nicht jetzt durch diese quasi Wissenschaftsbrille mit untersucht wurden. Wie gesagt, ich bin sehr angetan von Wissenschaft, wenn es sich um Wissenschaft handeln soll. Ich wäre aber überhaupt nicht angetan, wenn man sagt, das sei etwas unwissenschaftliches, sei nicht gut. Gut, das muss man vielleicht etwas anders dann auch interpretieren oder anschauen, dass es auch sehr, sehr wertvoll sein kann, mit sogenannten unwissenschaftlichen Dingen auch entsprechend gut umgehen zu können. Ich freue mich auch auf unser nächstes Interview, wo wir über die bio-psychosoziale Resilienz noch sprechen mögen. Aber wenn wir noch in der Wissenschaft sind, weiß ich also aufgrund von Leuten, die schon bei mir waren, die im Bereich der Pharmazie sich bei Studien auch mitbeschäftigt haben, wo sie sagen, sehr viele Leute fallen bei Studien raus, weil der Placebo schon gewirkt hat. Und ich meine, du als Wissenschaftler, wie empfindest du diese Placebo-Gruppe? Niemand hört etwas darüber, wie gross diese Gruppe ist, die eigentlich immer schon auf Placebos funktioniert. Und ich finde, das ist Medizin. Darüber sollten wir reden. Aus meiner Sicht wäre das auch, wenn man das vernachlässigt, quasi das Prinzip oder die Kraft eines Placebos, dann würde man sehr, sehr viel verspielen. Im Rahmen von Forschung wird auch darauf geachtet. Es gibt ganz verschiedene Modelle dann, wie muss man was erforschen. Aber das ist auch so, dass man das weiss, dass Placebo wirkt. Also das ist unbestritten. Aber es hat so ein Geschmäckle, sagt man da in der Schweiz. Dann sagen wir, du hast doch ein Placebo geschluckt und fertig. Aber eigentlich, ja, ich habe es geschluckt, grossartig, es müsste doch umgekehrt sein. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Da würde ich aber sagen, sind wir wieder in dieser Kausalkette. Wenn man in der Wissenschaft sagt, wir müssen die und die Placebo-Effekte zum Beispiel abziehen, wenn man verschiedene Gruppen hat, die einen haben Placebo bekommen, die anderen will, also das richtige Mittel und so weiter. Dann wird das schon korrekt gemacht und man verrechnet das quasi, weil man weiss, dass es wirkt. In der Wissenschaft, wenn man es neutral anschaut, ist das ein tolles Wirksspektrum. Und wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ja, ja, komm, das ist doch alles Placebo, dann hat es so einen despektierlichen Charakter. Also quasi, du bildest dir das doch nur ein. Und wenn man nur diesen Begriff nimmt, wenn es möglich ist, dass du dir durch eine Einbildung Resilienz holst eigentlich, also lebendige Kraft in Anführungszeichen, die dir verhilft, gesünder zu werden oder zu bleiben, ist das, wie du sagst, eines der möglichen Geschenke, die man hat. Die Resilienz, also das Placebo-Phänomen, genauso wie wenn man vermeiden sollte, dass man jetzt mit Notsebos häufig gestraft wird, wenn ich sage, ja, das ist aber nicht so gut und die Tablette, die wird das und das in dir auslösen, kennt man ja auch. Das ist umstritten und sehr gut bewiesen. Ein Bekannter von mir hat mal angefragt und er wollte natürlich nur aus Polemik heraus, und er wollte eigentlich das bestuntersuchte Medikament anmelden in Europa in einem Arznei, also um eine Arznei anzumelden und er hat das genannt, Placebo. Also das ist am besten untersucht. In jeder Untersuchung, die dann so abgehalten wird, sieht man den Wirkungsgrad des Placebos selbst. Also was sehr, sehr, sehr bedeutsam ist. Wie kann man das Placebo fördern, vielleicht noch grösser machen? Rote Farbe. Vielleicht rote Farbe, grössere Tabletten und so weiter. Das als eine Möglichkeit. Oder eben im Rahmen jetzt der, also wie kann ich den Patienten dazu begeistern, in Richtung der Gesundheit auch sich mitzubewegen oder unbedingt sich mitzubewegen und dafür einiges zu tun. Das kann aufgrund eines Vorschlags sein, einer Anwendung sein oder es kann natürlich, und das wäre optimal, kann natürlich aus dem Prinzip des Vallebos raus sein. Also der Selbstwirksamkeit des Menschen. Das ist dann weniger Placebo oder Nocebo, sondern der Mensch geht von seiner Haltung in eine Handlung mit ganz viel Kraft. Wenn die Haltung so sich setzen konnte, dass der Mensch wirklich sehr schön bei sich ist, umso besser kann er eine Handlung vornehmen, die dann eben in die richtige Richtung läuft und dass da ganz viel in eine Gesundheitsrichtung orientierte, Resilienz frei abgerufen werden kann. Hast du dich von Anfang an schon gedacht, dass bei deinem Studium zur komplexen Komplementärmedizin plötzlich auch das Bewusstsein dazu eine Rolle spielt? Ich glaube, dass aus meiner Sicht weiss das jeder Mann, das weiss, oder sage ich jetzt mal, ist so auch vielleicht ein Grundgefühl, spielt die Psyche mit eine Rolle im Körper zum Beispiel. In der Medizindisziplin ist es ja auch so, dass man zum Teil die Psychosomatik sehr stark bereichert, die wächst sehr stark, die bekommt auch sehr viel Gewicht, weil es nicht zuletzt bekannt ist, natürlich je nachdem, was ich für eine Haltung habe, wie ich denke, wie ich fühle, hat einen riesengroßen Einfluss auf das Ganze. Wenn man jetzt allein die Medizin betrachtet, im Allgemeinen, ist es so, dass sie andere Parameter haben im ersten Moment. Ich schaue mal auf chemische und physikalische Größen, die ich nachmessen kann. Aber es ist da auch eine Zeit lang, war es bestimmt ein wenig ein Stiefkind, wo man sagt, ja, das kann ich im Blut nicht sehen, kann ich ja auch nichts behandeln. Aber der Mensch, also es gibt ja den Arzt, der natürlich auch Mensch ist, und da gibt es immer schöne Unterschiede, wenn er sagt, ich muss doch diese Brille schauen, ergo werde ich so behandeln zum Beispiel. Das sind ganz verschiedene Aspekte, die damit eine Rolle spielen. In der Komplementärmedizin oder in der Naturheilkunde, in ganz unterschiedlichen traditionellen Medizinsystemen, ganz unterschiedlichen Ethnien und Kulturen, spielt das immer mit gang und gäbe eine Rolle. Ich denke, nicht zuletzt hat der Erfolg für das, was da immer noch hier ist und immer noch weiter gefördert wird, auch mit diesen Aspekten der Psyche, der Seele, des Geistes und auch des Körpers zu tun. Weil ich glaube schon, dass das eine Einheit darstellt, die jetzt in der Wissenschaft in unterschiedlichen Disziplinen gemessen und erforscht wird. Schon so. Genau das sehe ich ja auch, die Schulmedizin kommt diesem Schritt der Ganzheitlichkeit immer näher durch ihre vielen, vielen Fachausrichtungen und ich glaube, da kommt eine großartige, tolle Medizin auf uns zu. Das hoffen wir alle. Wenn die alle miteinander mal miteinander reden würden. Genau. Das Modell selbst ist, also ich glaube das auch, dass wenn jemand sich so viel Mühe macht und das alles lernt und so, dann hat er eine Motivation dahinter. Also da möchte er auch viel Gutes tun. Jetzt im Rahmen der Medizin gibt es ganz viele Disziplinen, wie du sagst. Und wenn ich jetzt sage, könnte man da was Ganzheitliches draus machen, ist es immer wieder eine Frage des Gesichtspunktes. Ja, ist es ja schon. Man muss einfach die Detail dann anschauen oder die Fachkräfte hinzusehen. Wer legt die Standards fest, oder? Das ist die Frage, oder? Und die anderen Aspekte sind, die, die sich zum Beispiel auch eine WHO wünscht, interessanterweise, die sie auf der Traktantenliste hat. Wir wollen eine neue Weltmedizin. Und wenn man schaut, ja, wie soll denn die ausschauen? Das sehen wir dann. Wir hier, zum Beispiel jetzt in der Schweiz oder in Deutschland und so weiter, ich habe ja für mich das Gefühl, ich kenne die Welt. Ich kenne das Medizinsystem und so weiter. Dabei ist das nur unser eigenes Medizinsystem hier. In ganz unterschiedlichen Ländern wird es in ganz anderen Kulturen völlig anders umgesetzt. Und die WHO möchte, das ist mal auf der Traktantenliste, dass sie sagt, wir möchten gerne diese Rosinen mit drin haben, auch wenn sie jetzt nicht nur unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten messbar sind. Oh! Also diese Öffnung ist da, um zu schauen, also quasi eine Eröffnung von dem, wir müssen an die Grenze gehen der Wissenschaft, um auch Möglichkeiten zulassen, dass man so in Grenzgebiete geht, um wieder Neues zu entwickeln, sonst passiert gar nichts. Das tut meinem Herz gerade gut zu hören, dass die WHO auch so denkt, weil im Moment hört man nicht überall immer nur das Beste, aber wir sind auch immer sehr einseitig informiert. Deshalb ganz herzlichen Dank, lieber Urs, war mir große Freude mit dir über dieses erste Thema abzuhandeln, auch die nächste kennst du. Hier gehen wir in die Resilienz rein. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen mit der Nacht.